Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ihr seht mich jetzt nicht mehr unten links, denn mir hat jemand geschrieben, dass es wohl angenehmer wäre, wenn ich mich oben links hinpacke. Deswegen, ja, wenn ich das wieder ändern soll oder was auch immer, dann kann man mir das auch immer noch sagen. Aber ich habe die Kritik erstmal angenommen und es wird schon passen. So, wir haben jetzt endlich erstmal wieder Geld bekommen, weil, ne, und so. Wir haben endlich mal Tantien bekommen. Heißt, es sieht wieder ein bisschen besser im Konto schon aus. Das ist jetzt nicht gerade geil, aber es ist schon auf jeden Fall angenehmer als so krass niedrig. Und das sieht verdammt weird aus mit dem Spiegel. Aber darüber reden wir einfach nicht. Sie kann sich dann ja auch erstmal gleich ans Programmieren setzen. Sie hat gerade ja sonst nicht so viel zu tun und dann ist das vielleicht ganz gut. Die Kinder sind Freitag auch geboren worden, ne. Das heißt, wir lassen die am Sonntag altern, okay. Uh, Nebenjob. Dann mache ich das einfach mal. Nebenjob beginnen. Oh, unsere Nachbarsparty beginnt. Wir haben eine Nebenmaschine. Was? Wir haben die Nebenmaschine und die Laser. Was wir nicht haben, ist das Programm, um acht leuchtend grüne Lasertrauchen aus den dichtesten Nebel aller Zeiten aufgreifen zu lassen. Ich glaube, dass du uns dabei helfen könntest. Okay, äh, ich würde aber gerne erstmal meine Nachbarn reinbitten, weil die bringen mir Kuchen und, ähm, Salim ist ein Typ. Oh, Kengo, den kennen wir schon. Ey, das ist jetzt nicht unser Postbote. Aber, äh, Salim kennen wir ja. Und, äh, also, den Salim kennen wir nicht. Sagen wir es so. Aber, äh, er könnte auch unser Baby-Daddy werden. Deswegen, äh, stellen wir uns einfach mal kokett vor. Haben wir Post? Yo. Also, ich finde es auf jeden Fall geil. Das ist schön. Wir müssen uns ja eh Leuten vorstellen. Dann, äh, stelle ich mich mal allen vor. Weil, je mehr Leuten wir uns vorstellen, desto näher kommen wir unserem Ziel, für unser Bestreben. So, hörst mal auf zu reden und hol die Post, Alter. Es ist sehr wichtig. So, sie haben alles aus dem Briefkasten geholt. Was war denn da drin? Spielzeug. Mehr Spielzeug. Hm, das da. Und, äh, weitere Samen. Wir haben gerade gar keinen Platz dafür, ne? Aber ich behalte die erstmal trotzdem. Also, ich meine, wir haben jetzt auch nicht so krasse Geldprobleme zur Zeit. Deswegen, I don't know. Eigentlich kann ich die auch verkaufen. Weil ich meine, wofür? Warum soll ich die behalten? Wenn wir das brauchen, dann kann ich die auch immer noch, äh, neu kaufen, ne? Deswegen lasse ich es einfach. Als ob die einfach unser Essen isst. Girl, da ist ein Kuchen, den kannst du essen. Was ist denn mit dir? Und die Kinder sind back. Mal gucken. Sie hat schon wieder was mitgehen lassen. Sehr schön. Äh, keiner hat ein Level Up. Aber das ist okay. Ich gucke jetzt mal, was die so alles durchziehen können mit ihrem Leben. So, hab allen eine Aufgabe erteilt. Wo sind die denn? Oh mein Gott, als ob die hier hinten spawnen. Beim Spawn. Wow. Er pennt einfach auch im Whirlpool. Mood auf jeden Fall. Das nenne ich auf jeden Fall Lifestyle. Aber so als Mutti manchmal passieren Dinge. Und die sehen dann halt so aus. So, die Gäste gehen wieder. Zum Glück. Ich glaube halt, dass sich alle sehr viel wohler fühlen in dem neuen Haus. Und das ist halt irgendwie schon schön. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich halt erreichen wollte. Mir gefällt es auch sehr viel besser. Es ist halt einfach vollständig. Es ist halt alles Wichtige da. Und das ist halt schon schön. So, wir haben ja noch ein PC. Und wie wäre es, wenn wir hier einfach noch einen kleinen Schreibtisch hinstellen. Für die Kinder halt. Aber so, weil der halt so öffentlich ist. Ist quasi. Nehmen einfach einen weißen. Und dann kriegen die den hier. Voll geil und so. Und dann den. Und ich gucke nochmal nach dem Pflänzchen oder so. Sehr, sehr schön. Denn sie hat zum Beispiel einfach auch Videospiele als Dings. Und deswegen denke ich mir so. Hm. Vielleicht könnte sie dann ja einfach mal Videospiele dann lernen. Damit nicht alle immer dasselbe lernen quasi so. Und ja. Ich finde es auch realistisch, dass es so einen PC gibt für the kiddos. Aber halt in den öffentlichen Raum. Und da ist so der einzige Platz, wo wir noch Platz dafür hätten. Deswegen. Ja. Die setzt jetzt erstmal ihren Job fort. Warum ist sie so weit weggelaufen? What did she do? Why? Als ob die schon wieder was vom Kuchen gegessen haben. Aber ich glaube, da sind noch Kerzen dran. Deswegen können wir es zumindest noch einmal benutzen. Aber. Why? How vor allem? Okay. 169 für die Bezahlung. Also ist die Bezahlung. Das ist schon okay. Sie geht jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen schwimmen. Das macht neben. Also das bringt ihr Spaß. Sie erhöht ihre Fitnessfähigkeit. Und sie wünscht es sich auch. Deswegen. Warum nicht? Ich meine. Jetzt, wo wir einen Pool endlich haben. Er will drei entbacken. Cool. Hat sie schon verschiedene Sachen, die sie machen kann. Wie schön. So. Es ist Sonntag. Und das heißt. Die kiddos werden jetzt einfach mal älter. Yay. Ja, du hast Hunger. Ich weiß. Aber deine Kinder müssen erstmal älter werden. Yay. Und du bist eng jetzt gleich. Wir gehen dann gleich in den Kreative Sim. Uh. Und sie auch. Warum kriegt sie so viel mehr Geschenke? Yay. Gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Ab in den Kreative Sim habe ich gehört. diesen Kreative Simkal. Tschüss. Willkommen. Tschüss. Tschüss. ЕТ Die Kiddos gehen jetzt erstmal direkt und machen Müll. Sie verbessert einfach mal ihre Charisma-Fähigkeit, weil warum eigentlich nicht? Oh, heute ist Streichetag. Cool. Charisma bringt sie ja wahrscheinlich auch weiter in ihrem Leben, deswegen bin ich einfach mal dafür. Sie könnte ja einfach mal ein paar Leute hier kennenlernen, weil ich meine, da könnte sie das hier machen und sie könnte, ja, einfach mal mehr Leute kennenlernen. Kann sie bitte aufhören vom Spiegel zu quatschen, Alter? Danke. Hi. What up? Und dann kann sie über Karriere lügen, erschrecken, zu falscher Party einladen, mehr Jungfrauen nachahmen. Oh mein Gott, geil. Was ist das für ein Fleck? Hier laufen so viel mehr Leute lang, das ist so schön. Oh, hier verkauft gerade jemand seine Kristalle. Cool. Man kann hier Essen kaufen. Obst und Gemüse. Und da gibt es auch noch einen Essenstisch. Oh, dann können wir Schweinefleisch-Adobo einfach mal machen. Also Essen. Oh, man kann hier also tatsächlich Obst und Gemüse kaufen. Cool. Irgendwie habe ich den Stand noch nie gesehen. I don't know. Oder einfach nicht bewusst wahrgenommen. Aber wenn wir hier diese Gerichte weiter lernen, dann wäre das schon ziemlich cool. Und ich meine, wir haben es mit dem Geld, ja. Das ist schon okay. Also wir können ja schon Rahmen machen. Aber das, äh, und jetzt halt danach dann Schweinefleisch-Adobo. Da kann sie sich ja weiter Leuten freundlich vorstellen. Yay, sie hat das geschafft. An drei verschiedenen Orten eine Sims kennenlernen. Sollte ja auch nicht so schwer sein, ehrlich gesagt. Trosti macht eine Phase durch. Okay. Ich spule einfach mal vor, bis das Kind kommt. Und währenddessen lernen sie einfach noch weiter Charisma. Und ja. Kinder müssen auf zur Schule. Es ist schon wieder Montag, Alter. So schnell kann es immer gehen, ne? Es gibt Rechnungen. 6.000, Alter. Uff. Das ist aber die Hälfte von dem, was wir gerade so zur Verfügung haben. Oh, die wehen. Let's go. Bevor sie sich anmeldet, kann sie ja einfach direkt quasi mit ihm einfach mal reden. Weil, I don't know. Dann müsste das ja alles funktionieren. Weil letztes Mal hat unser Spiel sich ja nicht vorstellen lassen. Deswegen versuchen wir es einfach mal so. So, die Geburt beginnt. Bin mal gespannt. Das braucht immer so lange Hilfe. Ich möchte einfach nur wissen. Es ist ein Junge. Juhu. Das ist der Fabian. Ich beende einfach mal hier, weil ich nehme schon wieder ganz lange auf und bla. Und ich stelle das dann einfach so um. Und wir starten dann einfach zu Hause wieder ganz normal. Wie immer. Wir sehen uns dann. Sehen und tschüss.